Hallo, willkommen zu unserem Kanal Surabäuer Berlin. Ich habe von meiner Klassenlehrerin Hausaufgaben bekommen. Wochenplan zum Thema Weihnachtsmarkt. Ich lese euch vor, was ich in Aufgabe 2 machen muss und dann lese ich die Geschichte vor. Schreibe eine Geschichte zum Thema Weihnachtsmarkt. Diese drei Wörter sollen darin vorkommen. Verloren, Marktplatz und Familie. Am Samstag war ich mit meiner Familie auf zwei Weihnachtsmärkten in Berlin. Auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus bin ich mit Papa Riesenrad gefahren. Denn meine Mama hat Angst gehabt. Danach bin ich mit dem Kettenkarussell gefahren. Gleich zweimal. Dabei habe ich meine Eltern aus den Augen verloren. Nachdem wir etwas gegessen haben, sind wir zum Alexanderplatz gegangen. Dort waren die Stände wie auf einem Marktplatz aufgebaut. Hier hat mir Papa Kinderpunsch gekauft. Das Glas habe ich nach Hause genommen. Also aus den Augen verloren heißt zum Beispiel, ich bin Kettenkarussell gefahren und da konnte ich auf einmal meine Eltern nicht sehen. Aber etwas später habe ich sie gesehen. Oder zum Beispiel, ich habe einen Luftballon in der Hand. Und ich lasse ihn los. Dann fliegt er doch in der Luft. Und dann, irgendwann ist er so hoch, dass ich ihn nicht mehr sehen kann. Wollt ihr sehen, wie das Glas aussieht? Und hier. Hier steht Alexanderplatz. Und hier ist der Fernsehturm. Und die Drehmühle. Und hier drin war Kinderpunsch. Das hat natürlich lecker geschmückt. Tschüss. Und hier drin war Kinderpunsch. Was? Ja. Und hier drin war ich. Vielen Dank.